Heute schauen wir uns den Feigenbaum Dalmaty an, der voller riesiger Brebas ist. Einfach unglaublich, wie der wächst, respektive wie die Brebas der Dalmaty Feige sich entwickeln. Riesengross, jetzt schon Ende Mai, Anfang Juni 2019. Bombastisch, extrem. Und natürlich meldet sich Washi auch im Hintergrund. Diese Brebas sind einfach der absolute Wahn. Und ich bin schon sehr gespannt, ob sich diese Brebas auch bis zum Ende hin, bis zur vollkommenen Reife entwickeln werden. Das waren die Brebas der Dalmaty Feige. Bombastisch. Dom claims K哦. Mag her. Ab auf 1 Nr.